Sie haben Minigun. Uga, uga. Finde ich cool. Die brauche ich, falls mir die Flak ausgeht. Was ich aber nicht hoffe. Scheiße, und schon ist das Ding wieder leer. Alle, was auch immer. Wenigstens einen Kill damit habe ich gemacht. Jetzt fange ich auch schon an seltsam zu sprechen, so wie Sie haben Minigun, Mann. 3 zu 1. Toll. Ich bin ja richtig gut. Oh, fuck. Nein, gehst du weg. Das ist meine Lieblingswaffe, nicht deine. Klar. Stirb. Ich glaube es ja nicht. Wie schlecht? Wie schlecht war das? Warum habe ich jetzt eine Biowise? Fuck. Ich habe ihm das ganze Riesenteilsgesicht geschossen. Oh, geil. Das Ganze hat 10 oder 15 volle Teile Teil ins Gesicht. Richtig cool. Ja, flack. Da bist du ja. 4 zu 2. Ich glaube, es geht auf 15. Oh Gott, das kann eine Weile dauern. Oh, hey. Nein, 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 nein. Hör auf mit deinem Schock an. Aber gegen solche Gegner ein einfacher Kampf ist ja auch echt nervig. Die sind nämlich ziemlich gut. Und da geht das nicht so schnell wie bei leichten Gegnern und so. Schwach. Nein, nein, nein. Verzieh dich doch. Ach, du Arsch. Du Arsch. Wie er einfach wieder runterfällt. Nachdem er ganz mühsam da hoch ist. So. Das war's mit deinem Double Damage Ding. Hä? Hä? Entschuldigung. Ich muss dir die Leiche anschreien. Er kommt ja eh gleich wieder. Und ihn kann ich nicht anschreien. Dann tötet er mich nämlich. 4 zu 4. Wir haben aufge... 8 zu 2. Na toll. Oh, ich hab noch eine Flak. Warum sagt mir das keiner? Ja, wir sind vorne, auch wenn wir kein Leben mehr haben. Oh. Aua. Da hat's mich mal kurz gegen die Wand gedresht. Na toll. Schon wieder ein Bio-Rifle. Moment, wenn hier die Bio ist, ist hier die Linke und da drüben die Flak irgendwo. Nein, die ist da unten, ne? Nein, die ist nicht da unten. Die ist da drüben. Nein. Wo ist die? Hä? Bin ich jetzt verblödet? Gott. Ich hab überhaupt keinen Orientierungssinn mehr. Wie bin ich jetzt lang gelaufen, bitte? Ey, cool. Ich glaube, dass der Schuss an den Boden, an die Wand und dann von hinten nochmal auf ihn getroffen ist. Denn er ist eine Millisekunde später gestorben, als er durfte. Also glaube ich, dass er dann nochmal getroffen wurde. und noch ein halbes Leben oder so hatte. Cool. Total cool. Äh, nein. Äh, nein. Nein, 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 nein. Fuck. Schon wieder Double Damage. Oh, fuck. Aua. 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 Äh, 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 wört. Wow, so schnell wurde ich noch nie zu einem grünen Skelett verarbeitet. Brutzel, brutzel weg. Oh, hey, Flak. Oh, brutzel mich nicht. Nein, 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 nein. Das ist nicht fair. Na gut, es ist schon fair, weil du hast die Double Damage, aber es ist trotzdem kacke. Okay, wenn ich hier bei der Schock bin, bin ich fast bei der Flak. Da, da, da. Und bei der Flak war er. Wow, hey. Was glaubst du, wer du bist? Gegen solche kranken Mistkerlle zu kämpfen, bringt mich irgendwie langsam wieder in Übung. Glaube ich. Ich glaube, ich komme langsam wieder rein. Das ist sehr gut. Schlecht ist, dass ich müde bin und deshalb für dieses Spiel eigentlich im Moment gänzlich ungeeignet bin. Kacke. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich hier jetzt müde bin. Nein, ich bin hier schon eine Weile. Schon schießt du wieder. Oh, fuck. Warum hast du jetzt eine Flak? Gib mir die... Gib die... Hä? Was? Spy Rifle? Bist du beklop... Was war das für ein... Ich will auch so einen Trick machen. Nein, nein, so doch nicht. Wie habt ihr das gemacht? Ich will das auch machen. Okay, die Rände hier sind zu schräg. Oh, ich habe keine Waffe. Ah! Nein! Ich bin auf seinen Kopf gesprungen. Das war keine gute Idee. Oh, jawohl. Also, hey. Dein Rocket Launcher gegen meinen Rocket Launcher und deiner war Double Damage, ne? Oh. Moment, wie hat er das gemacht? Der hat... Der ist so komisch. Ah, der ist an der Wand abgesprungen. Ich finde das auch hoch. Das war voll cool. Fuck. Geh hoch, Aufzug! Mist! Ich habe gedacht so, das geht. Ich habe gedacht, dadurch kille ich jeden oder schieße ich dann noch in die Richtung... Hä? Wieso hat das nicht geklappt? Das war gerade sehr unrealistisch. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, weil ich kann mich gerade nicht artikulieren. Ich kriege das gerade irgendwie nicht auf die Reihe hier. Sag ich, ich bin müde. Gut, 9 zu 8. Weil ich mich gerade selber umgebracht habe. Uiuiuiui. Bam! Hab ich dich! Entschuldigung. 9 zu 9. 22 Leben. Das ist nicht viel Leben. Na toll, ich renne einfach so an einem Kreuz vorbei. Hier hat es noch Leben. Da drüben hat es ein Schild. Epp. Ach, toll. Zu schlecht. Oh, da hat es. Also 9 zu 9. Und ich habe wieder 100 Leben. Oh, wieso hat der Penner eigentlich Dauert-Double-Damage? Mano. Er braucht noch 5 Punkte und ich brauche noch 6 Punkte. Boah. Ätzend. Okay. Double-Damage ist weg. Ich bin blöd. Hallo. Danke. Wo ist er hin? Kacke, wo ist er hin? Nein. Wo ist er hin? Komm zurück. Oh, da ist er. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Fuck. Idiot. 10 zu 10. 75 Lebenspunkte gegen seine 100 im Moment. Das ist so ein... Das ist so ein... Der hat gesessen. Fuck. Okay. Egal. Ich...